Auf der Berliner Fashion Week im Juli traten Amira Pocher und Christian Düren erstmals als Paar auf und machten damit ihre Beziehung offiziell. Damals zeigten sich die beiden total verliebt. Seitdem war es allerdings ruhig geworden. Um das schöne Paar. Bis jetzt. In Amiras Instagram-Story präsentiert sie sich mit Christian beim Joggen. Gemeinsam strahlen die beiden in die Kamera. Auf dem Foto lehnt sich die Ex-Frau von Oliver Pocher an den ProSieben-Moderator und lacht dabei total verliebt. Amira trägt ein schwarzes Sportoutfit und zeigt sich ohne Make-up. Zu dem Bild fügt sie ein weißes Herz und ein Lauf-Emoji hinzu. In der Story zuvor sieht man Amira beim Joggen. Dazu schreibt sie, Christian und Amira scheinen ein echtes Power-Couple zu sein.